So, Niklas ist schön verpackt, sogar die schönen Handschuhe, die er sich im Urlaub zugelegt hat, die halten die Hände richtig warm. Da habe ich mir ein kleinsames Eigenheim angezogen, kann mich jetzt zwar kaum noch bewegen, aber dafür ist es schön warm. Und die Rute nur hoch und runter schwingt. Wenn man jetzt unter die Jacke und runter kotzt, dann wird es unbequem.